ok dann mal wieder zurück zu denen und auch in der hoffnung dass ich hier den hauptmann finde renko den muss ich suchen das müsse der hier sein so ich wollte dich fragen du hast du über eine beast das lebt jetzt außerhalb der village everybody's talking about it so yeah i've heard things but their animals everywhere out here you can hear them howling snarling all over the place during the night but i do believe there is something bigger and meaner than the others as far as what it is though hmm seeing as how you're pretty resourceful i figure you know everybody here is there a smith somewhere around yes there is one me i should have guessed another con not at all listen i understand you might think i'm some kind of charlatan but before being an outcast starving in the worst hole in the swamp i was a blacksmith the problem is that i don't have any forge or equipment otherwise believe me i wouldn't be out here begging just to survive why not use the village forge i tried that but that idiot the so-called artist that works there almost took my head off and started throwing everything that wasn't nailed down at me no what i really need to work right is my equipment my forge cart and where is your cart at the other end of the swamp unfortunately here look i'll show you on your map i'll get it back for you you'll help me fix up the guards equipment agreed agreed on one condition of course that you also get me some supplies let's see there aren't that many guards so about ten pieces of raw metal ten good leather hides and ten pieces of refined metal should do the trick well i hope with all that our guards will be well equipped ok then we'll do the last time for renko and not these other types i must say i don't trust him more than the others you still didn't manage to blow yourself up mhm äh haben wir das nicht schon ja ok und jetzt ist die frage wo ist denn hier der hauptmann an assistant schon der wach nah für den prinzen Wo ist der denn? Sag das doch mal! Ich weiss nicht wo. Ist ein bisschen blöd hier. Ach, da ist er. Okay, Moment. Dann mal die Richtung suchen. Was ist das hier? Okay. Na, endlich! So, erstmal das hier treten. Ach, schade. Nach Nahrung, okay. Hallo, Hauptmann. Na, ich habe es doch geahnt. Wir müssen uns darauf vorbereiten. Und je nachdem, wie wir das tun, da kommen wir besser davon als anders. Hm. Hm. Alles klar. Okay, im Norden also. Dann weiß ich ja, wo ich das erstmal meiden muss. Der Vorjahr. Ja, da das hier die Hauptquass ist, das mit der Bestie, will ich zuerst alles andere tun und nicht da rein stolpern. Okay. Hm. Wenn wir den Weißen trauen, äh... Do you really think we should be trusting these Red Scribes? Vulcan, I'm not going to try and make this pretty. These are tough times. Thanks to this cursed war, our list of potential clients is shrinking faster than my dick when I jump into an ice bath. I get it that after what happened in the temple, you'd like to send them all packing. This whole demon business is complicated. But we are mercenaries after all is said and done. We're not a charity. We're only as good as our clients. And you know, even if they did screw things up back there, they were right to try and find some way to beat the Ice Lords. What's the alternative? Lie down and wait to freeze? Thanks to them, we all nearly bought it back at the temple. I'm not even convinced it was an accident. You have a point. And since we don't want to finish up as a pile of bodies under a snowdrift, we're going to keep a sharp eye on them from now on. Hmm. Do you think the company is going to make it? Of course. The Blades have always come through. They've existed for more than two centuries. And they won't give up now. Not during my watch. But to tell you the truth, we're not looking too fresh. Not with the losses we took back at the temple. And as for new recruits, it's been what? A year or more since we found anyone worthwhile. Most of us were recruited when the war began. And there aren't many of us left. The only available recruits now are either cowards, deserters, or kids. If we're going to hold this village, we're going to have to do it using the locals. Even though most of them look like they couldn't organize a party in a brewery. As soon as we've recovered a bit, we'll break camp and head for Carol Bass. I already sent some of the Blades ahead to see if they could find any new recruits. With a bit of luck, they'll come up with something better than one-armed, no-legged trolley rollers. Hmm. Ciao. Okay. Dann hätten wir das. Steh nur Entweld dem Hauptmann vor. Okay. Was haben wir hier sonst noch? Piferinko. Gefreit doch Kartoffel. Was? Pat. Soll das ein Name sein von wem oder was? Äh. Bitte was? Gefreit doch Kartoffel. Hm. Hm. Ich bin ein General. Ja, General, Sir. Er hat mich hier und gesagt, dass ich mit Ihnen mit Ihnen. General, Sir. Diese Stadt ist verabschiedet. Und es ist besser zu uns. Okay, wir werden nicht mehr Zeit auf das. Und stop calling mich General, Sir. Mein Name ist Vulcan. Uh, understood. General Vulcan, Sir. Ich sage, dass du mit dir gehst. Congratulations auf deine Promete, General. Ja, danke. Whatever. Forget about it, Soldier. Hm. Okay, noch mehr Fragerei. What do you think of the Bossguard? General, Sir. Bossguard, Mason. He is a good boss. He is... ...uh... ...competent and... ...uh... ...i's just I don't want any trouble, General, Sir. You won't get any. I'm asking you this because I trust you. And nobody else will ever know. Well, okay, General, Sir. ...I don't know much about him, General, Sir. Hmm. What do you think about the Steward? The Steward? But they didn't like him much. He always spoke to them like he thought they was scum. All these refugees, are they causing any trouble? Well, it's true there is a lot of them. So, that means a lot more work for us. Sometimes one of them will try to sneak in and steal some food. But we don't ever let them do that. Then again, we can't get too mad at them, either. It's all because of the war. Those people are just like us, more or less. Except that they've lost everything. And sometimes they help us, too. A couple have even joined the Guard when the Boss thought they was good enough. Plus, there's Renko. Well, he fixed up my granddad's spade. He's a real nice guy, that one. I see. Hmm. Da, das heißt, Renko ist eingestellt. You stand in front of the Swamps every day. You must know a lot about them, right? Oh, not that much, General Sir. I never set foot out there. It's way too dangerous. Boss Mason posted me at this here gate, and that is just fine with me. There's lots of monsters out there. I can hear them, and that's enough for me. And even when there's no noise, we hear the whispering, and... Well, that's even worse. The whispering? Yes, General Sir. Sounds like my own mama's voice sometimes. Except that she's been dead these past five years. Plus, I can't make out one word she's saying. And that don't make no sense. Mama and me always understood each other. Oh, I see. Okay. Let's change the subject. See you later, soldier. Na schön, dann hitten wir das. Okay, dann nochmal kurz zum Dorf zurück. So. Und. Ähm. Ja, dann erstmal das hier. So, du kannst nach Hause gehen. Geh weg. I don't have enough material. Hallo, verpiss dich. So. You have returned. Let's talk about. I need more. And you have... Wie bekomme ich den weg? Let's talk about something else. I'll be back. Hm. Vielleicht mit, äh... Indem ich mit dem Verwalter rede. Versuchen wir es mal. Mr. Vulcan. What brings you here? Äh... Let's talk about work. I've got a few questions I... Hm. Soll ich das sagen? Nee. We'll talk again later. Ich behalte es lieber mal für mich. Wer weiß, was er dann tun würde, wenn ich ihm davon berichte. Falls es wahr ist. The knight heard talk of a troubling event that happened during the meeting between the mercenary and the steward. The other short version is that I have a demon living inside of me. A demon? The knight has never heard of such a creature. Should he be worried? Er macht mich nur stärker, noch nicht. Aber hey, what's up, ich muss es loswerden, aber du kannst mir nicht helfen. Äh, ich würde das sagen. Äh, mehr oder weniger. Hm. I talked with the captain. He wants to see you. Come on, follow me. So. Na schön. Ähm. Ja, du hast nichts mehr zu sagen, oder? Ja, genau. Beschäftigt mit Zaufen und hier dämlich rumstehen. Ja, genau. Ja, genau. Jetzt ist die Frage, wie bringe ich den Schmidtau weg? Ich hoffe, ich habe es jetzt nicht schon versaut. Denn es gab ja da die Option, dass ich ihm das sagen konnte, dass er sich verpissen soll. Hm. Oh, das kommt erst an, wenn ich... Huch. Äh, wenn ich Renko da die Materialien gebe. Und dann sagen kann, er soll sich verpissen. Okay, haben wir ja hier etwas. Hm. Hätte sein können, dass hier noch was versteckt ist mit den Flüchtlingen. Dass man die noch irgendwie einsetzen könnte, aber offenbar nicht. Ähm. Na, mal sehen, was mit euch ist. Nein? Ne. Die... Huch. Die sind unwichtig. Na schön, du hast auch nichts mehr, oder? Ja. Greetings, Mercenary. Will you be able to... I'd love to. In fact, if I... The problem is, I don't have any forge or equipment. Why not use the village? I tried that. But that... No, what I... And... I'll get it back. Agreed. Let's see. Well. Okay. Ach, das habe ich. Cool. Jetzt ein Stück Leder. Ich bin geschäftlich, ja. All righty, then. I'm glad you warned me that he talks a bit funny. Right then, laddie. All you have to do is fight a duel with me. And do your best. It will be an honor to fight with the man who they say has never been beaten. If you think you can flatter me into letting you off lightly, forget about it. Like I said, do your best. The knight hopes that he will be the first to vanquish him. He will not hold back his blows. That's more like it. Let's see what you've got, laddie. Not bad. Not bad at all. Welcome to the Freeborn Blades, my boy. We were starting to be seriously short of fighters worthy of the name, and you fight like a man. Though you're a ways off from beating me. Vulcan! He's your recruit. You can take care of him. Go on. Away with you. Welcome to the Freeborn Blades, friend. Don't take it so hard. The entry fight is a humiliation we all had to go through. Me included. The captain deserves his post and his reputation. He is an exceptional warrior. The knight will be proud to serve under his orders. After such a combat, the knight will need to rest for a moment. He asks, that his friend and now brother come to find him when he has need. Okay. See you later. Okay. Tja, und da sind wir jetzt alleine. Das heisst, wir müssen Sibyl wiederholen. Und abermals wieder hin und her latschen. Uch. Drei Heiltränke. Da war's. So. Okay. Komm mit. So. Gut. Dann. Dann erst mal offensiv. Scheint das besser zu sein bei diesem Fechhorn. Okay. Da drüben ist noch was. Was ist denn hier? Ach, okay. Ich seh schon. Ah. Schön. So. Okay, dann mal wieder zu ihr. Das wird jetzt momentan ein schändiges Hin und Her. Aber das dürfen die letzten paar Mal hin und her sein. Bevor wir wieder in den Zunft gehen und da den Rest erledigen. Mal abgesehen von der Hauptquest. Wie hast du Nahrung? Oh. 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 ach so das meinte also mit gold loswerden ich dachte schon der mann spende oder so etwas 2000 gold tschüss blöd dass ich ja nicht verkaufen kann okay und die will fünf heiltränke da haben wir sechs nach naja gehen wir erstmal in den sumpf so aber nicht da wo die haupt quest ist da drüben also und schlafen südlich als delta also ok macht das ist er da oben ok hat mich schon irritiert schöner gewinn mal durch was haben wir hier zu tun die schmiede für renko den schmiedewagen dann die patrouille die verschwundene die assistent heiltränke haben wir pflanzen vielleicht oder haben wir das schon und dann auch noch die larvenkönigin bei nacht aber ich glaube das ist ja da bei der hauptquest da oben da drüben was ist denn das für einer wie das hier kaum schaden macht das ist abartig ja und wie der konto funktioniert weiß ich immer noch nichts hat er wieviel schaden der macht das ist richtig übertrieben und ich muss hier weg man der ist so träge der typ und da gehen die haltränke wieder weg hier hier Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Dann... Töte mit Feuer zaubern Ja, das ist nicht schlecht Das ist gut Denn das brauchen wir dringend So Okay, das hat uns ganz schön übel erwischt Da heißt es erstmal Ausruhen und Sowas hier einsammeln Ähm... Ähm... Hm... Hm... Vielleicht brauchen wir das hier, diesen Trick Aber dann können wir halt nicht ausweichen Das ist das doofe Na ja, versuchen wir es mal damit Mal schauen, wie das hier so wiejagt Da sind auch wieder viele Ich bin jetzt nochmal Das ist das Ich bin jetzt noch ein bisschen